Der Weltraum Unendliche Weiten Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Wenn die Ebenen mühsamer sind als die Gebirge, die Stürze überm Abgrund, schwebend, schwere, losgebunden von den Waagerechten und also aufrecht gehend. Vers beferster Achill, überhaupt Antike, stille Säulen, Springquell, gebreitete Blüten, gegen nebenan, wenn die Gebirge leichter sind als die Ebenen und stürmen aus dem Wesens rund. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020